Moment! Moment, 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 Moment! Ich hab ein Eisen. Wenn ich mich nicht alles täuscht... Ne, soll ich nicht. Das wollte ich doch nicht. Äh... Wenn mich jetzt nicht ganz alles täuscht, ging doch... Ne? Ne? Wir haben für Gegner mal das neue Schild. Ich glaub, ich muss mal kurz hoch. Hüpf, hüpf, hüpf. Vielleicht sollte ich mir ein paar Stufen anfertigen. Wenn mir das schneller geht. Zack, 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 zack. Zack, 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 zack. Gucken, ob es da eigentlich funktionieren. Ja, guck mal, das geht. Das ist jetzt einmal, wo ich jetzt ein bisschen Zeit brauche... ...für... Na, das war da so Speedbuilding hier. Ah, da, 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 da. Eine sehr feine und schnelle Methode, die Treppe hochzukommen, ohne Scheiß. So. Ah, da bin ich auch schon wieder. Dunkel, ich geh wieder. Ah, ne, ich wollte ja hier hin. Wiep! Ah, ne, doch nicht. Ja. Hm. Vielleicht muss ich doch hier oben noch ein bisschen weckauen dafür. Wenn man hoch geht, geht ohne Probleme. Aber runter gibt es ein paar Probleme. So, füllen wir direkt wieder aus. Ja, direkt hin. Da komme ich hier wenigstens schnell runter, ne? Kann sich keiner beschweren. Ich würde zu lang brauchen. Vielleicht kommt ja sowieso erstmal hier der... ...der Mega-Abzweig mit dem... ...wo das Ganze, äh, Kies war. So. Können wir mal ausnahmsweise hinter mich gucken. Da hat mich nicht irgendein Creeper überrascht. Das wäre ganz unklimpflisch. Gerade jetzt, wo es schön läuft. Äh, wo ist denn jetzt das? Hm. War der noch weiter unten, der Schiss? Mit dem... Hm. Ich bin gerade echt verwirrt. Wo sind die Riesen... Ah, hier ist er doch. Ich muss sagen, die konnten ja nicht so weit weg sein. Hm. War ich doch schon so nah unten? Hm. Na gut. Wenn ich mein. Meck. Meck. Weg. Weg. Und da ist wieder ein bisschen Kohle. Aber die brauche ich jetzt nicht. So. Und noch hier. Gut. Hier füllen wir alles ab. Brauchen wir alles nicht. So. Das ist... Das Golderl kann auch hier rein. Psst. Jetzt bringe ich noch einmal hoch. Oh, ich könnte gerade mal was futtern. So. Gefordert haben wir. Ich wäre ganz froh, wenn es noch Tag wird da oben. Dann brauche ich mich nicht... Äh... Nicht so ängstlich da rum zu bewegen. Also nicht noch ängstlicher als sowieso schon. Ah. Ah, guck mal, ihr lieben Nachbarn. Die sind... Bin ich ziemlich mit einer Freundenfeuer am veranstalten. Ähm, 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 ähm. Tag. Komm her, Günther. So. Der ist weg. Kommt, ist noch einer? Habe ich gerade einen Bogen bekommen? Ne. Nur Knochen. Na, Knochen tut es auch. So. Gucken wir sind nicht irgendwo im Küper rumstehen. Oh, Pferde! Ponys. Das ist doch super. Das habe ich auch echt fast alles. Was ich das Herz so wünschen könnte. Und da ist es. Baue ich jetzt mal hier hin. Ponys. Das sind noch Kühe. Ach, du Highland. Also diese Welt gefällt mir echt unglaublich gut. Na ja, muss ich da hinten wieder raus. Auf wieder unter die Erde. Altes Kellerkind. Juhu. Den Eingang zur Miene mache ich noch ein bisschen schöner. Irgendwann. Wenn ich Lust dazu habe. Wenn ich nicht gerade dabei bin, hier eine, eine tiefe Treppe ins Nirgendwo hinzubauen, können wir eigentlich, können wir eigentlich bestimmt noch was Schönes mit, äh, wer von euch kennt SCP, äh, 086 ist das? Die Sache mit, die Horrorsache mit dem Treppenhaus. Müsst ja hier eigentlich dann, ich meine es wäre so. Ich meine es so, hm? Nicht? So auch nicht? Brauche ich irgendwie mehr... Irgendwie ging das mit dem Schild. Na, muss ich nochmal. Ich habe, ich meine, ich hätte es gewusst. Hm. Ähm. Naja, ich finde es noch raus. Wenn nicht, mache ich das, äh, für die nächste Aufnahme, wahrscheinlich eine kleine Pause zwischendurch. Oder vielmehr, wenn ich noch ein bisschen Eisen gefunden habe. Ich bin mir jetzt unsicher, ob ich da doch vielleicht mehr Eisen gebraucht habe. Hm. So, guten Tag. Wie, schon Ende hier? Okay. Dann machen wir es ganz einfach. Kram uns hier nochmal tiefer. Irgendwann muss ich auf was Größeres stoßen. Aber im Endeffekt habe ich hier schon mal ein bisschen Gold gefunden. Ist das... Ein See, tatsächlich. Ein ganz kleiner. Ist irgendwas Größeres? Nein. Ah, ne. Oh, ich dachte gerade, ich hätte Diamanten gefunden. Aber es ist nur Lapislazuli. Naja. Auch nicht schlimm. Kann man auch gebrauchen. Kann ich meine Sachen mit blau färben. Ansonsten haben wir hier drin nichts. So. Gehen wir hier drüben weiter. Die Eisenspitze gebe ich mir jetzt nochmal gekonnt auf. Wenn es gleich richtig ans Eingemachte geht. Was sind wir denn hier? 23, ja. Geht noch. Ja. Aber ich höre schon wieder Lava. So zwischendurch blubbern. Vielleicht soll ich mich jetzt mal ein kleines bisschen geradeaus buddeln. Nicht, dass ich hier in irgendein Lava-Feld wieder reinkomme. Ich glaube, ich gehe nochmal zurück. Ich mache mir nochmal eine normale Spitzhacke. Die kann mir natürlich auch noch sehr hilfreich sein, dann. So, hin. Eine. So. Das ist eine Steinsch... So, ja. So, so, so. Da kannst du mir die teure Spitzhacke noch ein bisschen aufheben. Die Eisenspitzhacke. Momentan habe ich ja nur sie. Sie ist ganz allein auf der Welt. Von Minecraft. Mhm. Oh, sah so aus. Als wäre da noch was. Komm, geh kaputt. Geht doch. Ich höre was. Ich höre was ganz Gemeines. Ah, komm. Bist du runter? Irgendwann kommt schon was. Ich bin aber überall auf einer Höhe, wo es eigentlich auch Diamanten geben dürfte. Wenn ich natürlich gerade einen finde, das wäre richtig klasse. Ne, dann ist auch wieder die Chance, wenn ich Diamanten finde, für einen von euch, oder für mehrere von euch, ist mir ja scheißegal, äh, hier teilzunehmen. Bei meiner, bei meiner ewigen, ewig währenden Quest, alle Erfolge abzustauben. Machen wir mal eine Kurve. Können wir wieder ein bisschen gemeinschaftlich hier Unfug stiften. Machen wir mal eine Spitzhacke wegschmissen. Höh, blöd, Mann. Gleich treffe ich doch auf den Endstone unten. Dann werde ich doch, da unten werde ich dann doch mal meine Eisenspitzhacke benutzen, um den Endstone abzubauen. Muhaha! Ja, ist auch schon. Ich habe den Endstone gefunden. So, hier unten geht es jetzt eigentlich los mit den Lava-Flächen. Eisen! Da lacht das Herz. So, jetzt kannst du auch das Ei, aha, guck mal, jetzt kannst du auch die Eisenspitzhacke öfters benutzen. Bei der Menge an Eisen. Jetzt muss ich ja nicht mehr, oh, guck mal hier, wie viel, oh, wie schön das ist. Kannst du mir sogar noch meine Rüstung mit verstärken gerade. Oh, geil. So, freut mich das. Ah! Genau das habe ich gemeint. Okay. Vielleicht soll ich ein bisschen höher gehen. Gucken wir auch, wo der Nachläufer ist direkt. Das sieht schon mal nicht so aus. Hallo? Aha. Schön schon mal die geduckte Haltung einnehmen. Redstone. Das kann man ja auch immer wieder gebrauchen. Habt ihr mir zumindest in der letzten Staffel so gedacht. Alles weg hier. Aber die letzte Staffel hat dann ja auch ein ganz super, ein ganz unklimpflisches Ende genommen. Wer denkt, so ein Idiot, er ist soffenes. So ein totaler Trottel. Oh ne, ey, Werbung. Moment, kurz Pause. So. Verzeiht bitte. Mir kann ja noch ahnen, dass da Werbe-Ads drin sind. Ich lasse das gerade über Betutjubel lasse ich die Musik gerade laufen. Und da war ganz ungekonnterweise Werbung reingeschaltet. Tut mich leid. Ich schäme mir. Ist auch noch. So, wir machen euch hier einmal auf, dass ich hier ein bisschen hell hab. Hab da außerdem gerade noch einen schönen Mülleimer quasi. Falsch mal es nicht socken muss. Da ist wieder der Endsturm. Ich seh schon, gleich komm ich irgendwann am Arsch der Welt raus. Wurde nicht ganz am Arsch der Welt, aber man kann bestimmt von da aus sehen. Geh nochmal ein bisschen hoch. Gibt's ja nicht. Hier muss ja irgendwann mal in eine Höhle kommen. Kli, kli, kli. Geh nochmal eine Kurve. Einfach, weil wir es können. Ich werde durch meine Kurven... Ah, Redstone. Ich werde durch meine Kurven buddlisch immer an allem vorbei, was wichtig ist. Ja. Komm. Lasst mich nicht im Stich, ihr Höhlen dieser Welt. Es wird doch irgendwann eine Höhle geben, die meiner würdig ist. Meine Beknacktheit. Das war jetzt ein sinnvolles, äh, ein sinnfreies Manöver, diese Kurve hier zu buddeln. Ach, Mann. Komm. Ah, Eisen. Ah, Redstone. Ah, scheißegal. Ich brauch Diamanten. Wobei Eisen ist ja auch gut. Das hier gibt Erfahrung. Das ist auch ganz wichtig. Ah, das ist wieder Lapislazuli. Ach, Entschuldigung. Ist das Mikrofon gekommen? Mal komm mal hier aus. So, weg damit. Hab ich alles? So, jetzt komm. Lasst mich nicht im Stich. Ja, Kies. Und hinterm Kies... Diamanten! Diamanten! Oh, wie geil ist das denn? Verdammte Scheiße. In der... Wo sind wir? In der siebten Folge? Wir haben Diamanten, meine lieben Freunde. Zwei Stück mindestens. Ja, Wolligen! Und es wacht Diamanten. Aber... So schön das jetzt schon ist. Leider, leider, leider. Es langt noch nicht. Ich kann noch nicht in den Nässer damit. Aber ich habe schon mal die ersten Diamanten. Das ist doch... Sehr fein. Kann man hier Folge reingucken. Ach, ist das schön hier. Muss ich noch mal zuwerfen. Dann muss ich einen Verzauberungsdicht machen. Ach, wie schön. Ach, wie schön. Das freut mich ungemein. Leider... Aber leider, leider, leider. Nur zwei Stück. Drei wäre mir lieber gewesen. Ich weiß, nachher kann ich mich wieder mit Diamanten zuscheißen. Mal gucken, dass wir hier das Eis noch abgebaut bekommen. Dann tagge ich, glaube ich, gleich mal zurück und schmetze das mal alles ein. Ach, die Diamanten. Scheiße, Diamanten. Da braucht sie schon. So, komm. Let's down.